Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Leistung des internen Steuermoduls Klopf-Sensor-Prozessor 2. Was bedeutet das? Dieser generische Fehlercode für die Diagnose des Antriebsstrangs DTC gilt normalerweise für viele OBDI-Fahrzeuge, dies kann Fahrzeuge von Chevrolet, Subaru, Ford, Mazda, BMW, Peugeot und so weiter umfassen, ist aber nicht darauf beschränkt, Wenn ein Code P06B7 gespeichert ist, bedeutet dies, dass das Antriebsstrangsteuermodul PCM einen internen Prozessorleistungsfehler mit einem bestimmten Klopf-Sensor mit 2 bezeichnet erkannt hat, andere Steuerungen können ebenfalls einen internen PCM-Leistungsfehler mit der Klopf-Sensor-Schaltung erkennen und die Speicherung eines P06B7 verursachen, Der Klopf-Sensor wird typischerweise direkt in den Motorblock eingeschraubt, es ist ein piezoelektrischer Sensor, die Position des Klopf-Sensors variiert zwischen den Herstellern, die meisten befinden sich jedoch an den Seiten des Blocks, zwischen den Gefrierstopfen des Wassermantels oder im Tal unter dem Ansaugkrümmer, Klopf-Sensoren, die sich an den Seiten des Motorblocks befinden, werden häufig direkt in Motorkühlmittelkanäle eingeführt, Wenn der Motor warm ist und das Motorkühlsystem unter Druck steht, kann das Entfernen dieser Sensoren zu schweren Verbrennungen durch heißes Kühlmittel führen, lassen Sie den Motor abkühlen und entsorgen Sie das Kühlmittel immer ordnungsgemäß, bevor Sie Klopf-Sensoren entfernen, ein piezoelektrischer Erfassungskristall befindet sich im Herzen des Klopf-Sensors, beim Schütteln oder Vibrieren erzeugt der piezoelektrische Kristall eine geringe Spannung, Da der Steuerkreis des Klopf-Sensors normalerweise ein Eindrahtstromkreis ist, wird die durch die Vibration erzeugte Spannung vom PCM als Motorgeräusch oder Vibration erkannt, die Stärke der Vibration, auf die der piezoelektrische Kristall innerhalb des Klopf-Sensors trifft, bestimmt den Spannungsspiegel, der in der Schaltung erzeugt wird, wenn das PCM einen Grad an Klopf-Sensor-Spannung erkennt, der auf ein Motor klopfen oder eine starke Funkenzündung hinweist, Dies kann den Zündzeitpunkt verzögern und ein Steuercode für den Klopf-Sensor kann gespeichert werden, bei laufendem Motor erzeugt der Klopf-Sensor immer eine sehr geringe Spannung, dies liegt daran, dass eine leichte Vibration unvermeidlich ist, egal wie reibungslos ein Motor läuft, die Prozessoren zur Überwachung des internen Steuermoduls sind für verschiedene Selbsttestaufgaben des Kontrollers und die Gesamtverantwortung des internen Steuermoduls verantwortlich, die Eingangs- und Ausgangssignale des Klopf-Sensors unterliegen einem Selbsttest und werden ständig vom PCM und anderen zugehörigen Steuerungen überwacht, das Getriebesteuerungsmodul TCM, das Traktionssteuerungsmodul TCSM und andere Steuerungen interagieren ebenfalls mit dem Klopf-Sensor-System, immer wenn die Zündung eingeschaltet und das PCM eingeschaltet ist, werden Selbsttests des Klopf-Sensor-Systems eingeleitet, zusätzlich zum Ausführen von Selbsttests für interne Controller vergleicht das Controller Area Network auch die Signale jedes einzelnen Moduls, um sicherzustellen, dass jeder Controller ordnungsgemäß funktioniert, diese Tests werden gleichzeitig durchgeführt, wenn das PCM eine interne Diskrepanz im Klopf-Sensor-Prozessor feststellt, wird ein Code P06B7 gespeichert und eine Störungsanzeigelampe, Miel, leuchtet möglicherweise auf, wenn das PCM ein Problem zwischen einer der integrierten Steuerungen feststellt, das auf einen internen Fehler des Klopf-Sensor-Systems hinweist, wird ein Code P06B7 gespeichert und eine Störungsanzeigelampe, Miel, leuchtet möglicherweise auf, abhängig von der Vaginomenen-Schwere der Fehlfunktion können für die Miel-Beleuchtung mehrere Fehlerzyklen erforderlich sein, Beispielfoto eines PCM, was ist der Schweregrad dieses DTC, Prozessor-Codes des internen Steuermoduls sollten als schwerwiegend eingestuft werden, ein gespeicherter Code P06B7 kann zu einer Vielzahl von Bedenken hinsichtlich des Fahrverhaltens führen, was sind einige der Symptome des Codes, zu den Symptomen eines P06B7-Fehlercodes können gehören, laute Geräusche aus dem Motorraum, verminderte Kraftstoffeffizienz, eine Vielzahl von Symptomen des Fahrverhaltens des Motors, andere gespeicherte Diagnosefehlercodes, was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes, Ursachen für diesen Code können sein, schlechtes PCM oder ein PCM-Programmierfehler Klopf-Sensor ONG Defekt Steuerkabel und oder Stecker des Klopf-Sensors Defekt Ein schlechtes Kontroller-Leistungsrelais oder eine durchgebrannte Sicherung Unterbrechung oder Kurzschluss oder Steckverbinder im Kennkabelbaum Unzureichende Masse des Steuermoduls Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P06B7? Selbst für den erfahrensten und am besten ausgestatteten professionellen Techniker kann sich die Diagnose eines Codes P06B7 als eine ziemliche Herausforderung erweisen. Es gibt auch das Problem der Neuprogrammierung. Ohne die erforderliche Neuprogrammierungsausrüstung ist es unmöglich, eine defekte Steuerung auszutauschen und eine erfolgreiche Reparatur durchzuführen. Wenn ECM-PCM-Stromversorgungscodes vorhanden sind, müssen diese offensichtlich korrigiert werden, bevor versucht wird, einen P06B7 zu diagnostizieren. Es gibt mehrere vorläufige Tests, die durchgeführt werden können, bevor ein Controller als Defekt deklariert wird, ein Diagnosescanner, ein digitales Volt-Ohmmeter, DVOM, und eine Quelle zuverlässiger Fahrzeuginformationen sind erforderlich. Schließen Sie den Scanner an den Fahrzeugdiagnoseanschluss an und rufen Sie alle gespeicherten Codes und Standbilddaten ab. Sie sollten diese Informationen aufschreiben. Falls sich der Code als zeitweise erweist, löschen Sie nach dem Aufzeichnen aller relevanten Informationen die Codes und testen Sie das Fahrzeug, bis der Code zurückgesetzt wird oder das PCM in den Bereitschaftsmodus wechselt. Wenn das PCM in den Bereitschaftsmodus wechselt, ist der Code intermittierend und schwieriger zu diagnostizieren. Der Zustand, der zur Lagerung des P06B7 geführt hat, muss sich möglicherweise sogar verschlechtern, bevor eine Diagnose gestellt werden kann. Wenn der Code zurückgesetzt wird, fahren Sie mit dieser kurzen Liste vorläufiger Tests fort. Wenn Sie versuchen, einen P06B7 zu diagnostizieren, sind Informationen möglicherweise Ihr größtes Werkzeug. Durchsuchen Sie Ihre Fahrzeuginformationsquelle nach technischen Service-Bültangs TSB, die dem gespeicherten Code, dem Fahrzeug, ja, Marke, Modell und Motor und den angezeigten Symptomen entsprechen. Wenn Sie das richtige TSB finden, erhalten Sie möglicherweise Diagnoseinformationen, die Ihnen in hohem Maße helfen. Verwenden Sie Ihre Fahrzeuginformationsquelle, um Ansichten der Steckverbinderfläche, Steckerbelegungsdiagramme, Komponenten-Locators, Schaltpläne und Diagnoseflussdiagramme für den betreffenden Code und das betreffende Fahrzeug zu erhalten. Verwenden Sie den DVOM, um die Sicherungen und Relais der Kontroller-Stromversorgung zu testen, testen und ersetzen Sie durch gebrannte Sicherungen nach Bedarf. Sicherungen sollten bei geladenem Stromkreis getestet werden. Wenn alle Sicherungen und Relais wie vorgesehen zu funktionieren scheinen, ist eine Sichtprüfung der Kontroller-bezogenen Kabel und Kabelbäume angebracht. Sie sollten auch die Erdungsverbindungen zwischen Fahrgestell und Motor überprüfen. Verwenden Sie Ihre Fahrzeuginformationsquelle, um Erdungspositionen für verwandte Stromkreise zu erhalten. Verwenden Sie den DVOM, um die Bodenintegrität zu testen. Überprüfen Sie die Systemsteuerungen Fahrzeugsteuerungen visuell auf Anzeichen von Wasser-, Hitze- oder Kollisionsschäden. Jeder Controller, der insbesondere durch Wasser beschädigt ist, sollte als defekt angesehen werden. Wenn die Strom- und Erdungskreise des Controllers intakt sind, vermuten Sie einen defekten Controller oder einen Programmierfehler des Controllers. Der Austausch des Controllers muss neu programmiert werden. In einigen Fällen können Sie neu programmierte Steuerungen über Aftermarket-Quellen erwerben. Andere Fahrzeugesteuerungen erfordern eine Neuprogrammierung an Bord, die nur von einem Händler oder einer anderen qualifizierten Quelle durchgeführt werden darf. Im Gegensatz zu den meisten anderen Codes wird der P06B7 wahrscheinlich durch einen defekten Controller oder einen Controllerprogrammierfehler verursacht. Prüfen Sie die Erdungsintegrität des Systems, indem Sie die negative Prüfleitung des DVOM mit Masse und die positive Prüfleitung mit der Batteriespannung verbinden.